Servus, grüßt euch. Wieder einmal bei uns in Frankreich beim VELES 22. So, jetzt holen wir den Töpfen klar dazu. Und da haben wir das so, weil wir nichts wissen. Wenn wir da sind, schauen wir mal, ob Markus einen hoch hat, einmal wegen Verkehrssperren. Ja, Markus ist da eine Rumreizung. Er hat da sein Bauernhaus. Das ist auch auf dem Weg zum Breitenvölnhaus. Super. Super. Mistbujari. Stoll. Kursstoll. Was weiß ich noch. Ja, und da wollen wir schon wieder reinschauen. Ja, mich legt der Marsch. Er hat selber zwei Riesenfeinde. Nein, nein, drei. Zwar verschiedene große. Warte mal, warte mal, warte mal. Was heißt da, gehört dir? Gehört dir? Gehört dir? Gehört dir? Oh, der hat das alles sich um den Landhandel gekauft. Aber da haben wir schon wieder einen Fehler drin. Da haben wir schon wieder einen Fehler drin. Was wird dann die sowas auch mit denen? Na ja. Egal. Hochsilo. Tankstelle. Eine sehr große Kuh. Schauen wir noch mal nach. Schulden hat es eine Kuhjaufe. Tiere hat eine 15. Die haben alle ein paar alleine gekolten. Bei Laune. Ja. Da waren gute Aufträge online. Ja. Noch genug. Passt da da. Ah, da ist ein Geld daheim. Jetzt dann runter. Die Richtung. Schock. Anscheinend kurze Wege. Na gut. Haben wir Markus seinen Hof auch gesehen. Dann sammeln wir es hier rein. Schauen wir mal, ob da ist sie. Passt. Nun auf den Kopf oder der Kopf ab. Ichomme nicht einfach schocken. Auf der Straße. Ja, war nicht so. Jetzt hat die Kuhmusträfte ein Funktionalmente. Ja, ich habe es da nur erreicht. Wo auch die Kuhmusträfte. Ich habe nur die Werteidigung und der Zug. Jetzt können wir nachschauen, wie es an Lagner wird. Oh, da kommt ein Auto, da ist er noch nie Auto gekommen. Oh, schau her, das lacht man schon nicht. Reaktivieren, wo das passiert. Dann müssen wir da schauen, wo das passiert auch an. Dann kann ich eh ein. Mischration. Sylage. 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 Fertig. Die haben wir nicht gespult. Schaut mal rein. So. Ich bin jetzt noch mal heikel geworden. Ich bin jetzt noch mal bei das Schlag rein. Ja. Mein großes Gewicht ist auch gut. Schaut mal rein. Ich glaube, über den Buch schneiden kann ich das nicht. Ich weiß nicht. Schaut mal nicht. Komm herr! Es gibt noch ein paar Zilagen. das ist die 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 diese die 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 Lage brauchen wir zweifache verdäumen, also mindestens 11.000 Euro. Das werden wir auch noch mal drinnen. Wir starten eigentlich. Die Lage brauchen wir noch nicht. Die Lage brauchen wir noch nicht. Die Lage brauchen wir noch nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Gut, die Spästchen sind wir. Strahlen wir auch mal drinnen. Die müssen wir dann sammeln. Was war da? Geht Mist an. Mist haben wir natürlich so gut gefangen. Das tun wir wirklich so gut. Das ist ein wahnsinnig viel. Ich bin einfach keiner. Aber ich glaube, das passt. Das müssen wir mal verkaufen. Dann müssen wir mal verkaufen. Ich habe eine Schau. Wunderbar. Aber ich hole. Dann auch wieder 1.800 Liter. Und aus den 1.800 Liter werden ja... 3.600 Mineraldünger. Dann haben wir 75.000. Das hört sich auch mal für das erste nicht schlecht an. Das ist auch gut. Da können wir nichts machen. Da auch nicht. Silage haben wir noch 27.000 kriegen. Da können wir noch was rein. Dann lern. Dann geht es noch mal von dem Motiviertel. Dann wird sind wir mit der concentrinkungen, dann müssen wir noch da kommen. Dann kann es uns einen mit. Dann können wir noch so rein schauen, dann können wir dann ein mit. Dann kann man eher eine Ginge machen. Dann kann man gut. Dann kann man sich auch in der Ginge machen. Dann kann man schon machen, dann sind wir die Ginge machen. Dann kann ich nur dampf. Untertitelung des ZDF, 2020 So eine Schaufel ist ein paar Stunden Wieder ein paar Stunden vergeht Das heißt, wir wollen eine Schaufel Hier wurde ein Radlader Das war da nicht geschockt Das war da nicht geschockt Ich denke mal, dass die überall Gerte waren kann Das ist eine Rente, das war pro 30% An einem Tag in der Früh Hier ist alles rechts Hier schaut die Zahl an Ich wollte hier drücken 8.570 9.3x 10.5x Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ah, fast 42 Stunden haben wir schon mal auf den Traktor. Jetzt sind wir gespannt, ob sie es mit den Basilos gepixt haben, ob sie es nachher vorbleibt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020